Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, begrüßt euch zu einer weiteren Spielevorstellung und heute haben wir Red Bull Air Race in Verbindung mit Nvidia, die quasi tatkräftig bei dem Spiel unterstützen und das ist noch eine Beta, also jeder kann sich anmelden und kostenlos die ersten Versuche in der Luft versuchen und ja, wir gucken uns das einfach mal an, was das Spiel jetzt in dieser doch frühen Phase alles so mitmacht. mit sich bringt, unten findet ihr natürlich einen Link und dann gehen wir erstmal auf die Einstellung vom Spiel, ganz einfach, sehr, ja, einfach gehalten, zwei Sprachen gibt es, Englisch und Französisch und man kann natürlich Amateur oder Professionell oder halt ein Casual Gamer, so wie ich es natürlich bin und ja, die Grafikeinstellungen, nicht alle kann man bis dato jetzt auswählen, ihr seht es schon, obwohl meine Grafikkarte wahrscheinlich mehr Leistung, vertragen könnte, also Xbox Controller, dann könnt ihr Trustmaster, mein ganz normales Logitech, ja, Stick funktioniert auch, also kein Problem, Maustastatur geht natürlich auch alles. Gut, gehen wir mal wieder auf Xbox Controller zurück, gehen auf den Hangar und wir haben auch die Möglichkeit, verschiedene Hangarsorten zu wählen, wenn man das Spiel denn nach und nach denn weiter ausbaut und Punkte sammelt. Ihr seht schon, hier oben habe ich 1900 Dollar und wir gehen mal hier gucken, da sieht man schon, ne, mehr Platz für Flugzeuge und das braucht man dann auch, weil es gibt schon zum Anfang eine Reihe schöner Flugzeuge. Und dann gehen wir einfach mal hin, den möchte ich natürlich gerne haben, aber ihr seht schon, meiner ist noch 50.000 Dollar wert und ich sollte ihn langsam auch mal reparieren, ne, das muss man auch. Hier hat man dieses Flugzeug, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr sowas gerne sehen möchtet, hier, das kann ich gar nicht so richtig frei, doch, hier, schöne Dinger, ne, wirklich hübsch. Die einzelnen Flugzeuge, aber wir werden jetzt nicht großartig rum experimentieren, wir werden jetzt ab in die Lüfte mit unserer doch sehr, sehr niedlichen Maschine. Ich kann, wie gesagt, Solo fliegen, dann gibt es hier halt Lederboards, also so, wo ich dann quasi, ja, die Bestzeiten gegen meinen Freunden gucken, ja, Freunde habe ich noch keine, weil ich es gerade runtergeladen habe. Und dann könnt ihr auch gegeneinander fliegen. Wir machen einfach mal einen Solo-Flug und hier seht ihr schon, habe ich schon mal eine Zeit hingelegt, aber ich sollte wahrscheinlich noch ein bisschen besser unterwegs sein. Es gibt ein, zwei, drei, vier Strecken. Wir werden jetzt den, ja, erstmal nach Budapest, weil die wirklich hübsch aussieht, die Strecke. Und dann gucken wir mal an, wie das so wirkt. Also für mich ist auf jeden Fall mal die Frage, ob ihr sowas sehen möchtet. Dann kann ich es durchaus mal ein bisschen bringen. Und ich spiele das mit dem Xbox-Controller. Reicht erstmal zu. Ab und zu ploppt ein bisschen was auf. Hier ein paar Farbfehler im Wasser. Und da geht es auch los. So, machen wir mal den Smoke an. Und versuchen hier mit Vollgas unter die Brücke runter. Natürlich umso mehr Gas ich gebe. Oh. Will die Maschine immer weiter nach oben. Und da steht jemand in der Luft. Ah, das ist meine Bestzeit, die ich mal geflogen bin. Uh. Und dann wieder zurück. Wir müssen natürlich Geld sammeln hier, um unsere Flugzeuge wieder hochzurüsten. Oh. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin soll. Oh, Junge, 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 Junge. So, das ist ein bisschen unübersichtlich für mich. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hinfliege. Da, runter muss ich. Und volle Schuhpakete. Und ihr seht schon, so einfach ist es gar nicht. Auch wenn ich hier die einfache Steuerung am Start habe. Gerade die Sachen in der Luft, wo ich so eine Drehung mache, sind ein bisschen unübersichtlich. So wie die hier. So. Und ich habe natürlich auch verschiedene Ansichten. Probieren wir es einfach mal so. Und der wackelt hin und her. Vielleicht sollte ich die Sensibilität ein bisschen umändern. Vom Sound her kann ich auch nur sagen, hört sich recht nett an. Vielleicht ist es bei den anderen Maschinen ein bisschen mehr. Bums hinter, aber so. Ah, das funktioniert doch jetzt ein bisschen besser. Das war doch jetzt eine richtig schöne Wendung. Aber ich werde meine Bestzeit auf jeden Fall nicht knacken. Übung braucht man. Natürlich wie so ein Rennspiel mit Bremsen. Ihr seht schon, rot ist es. Und jetzt werden wir versuchen, ins Ziel zu kommen. Ja. Ich habe es nicht geschafft. 13 Sekunden schlechter gegenüber den ersten. Also da haben wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge vor uns. Und ich kann mir natürlich das auch alles wieder ein bisschen angucken. Schauen wir uns an. Andere Filter reinsetzen. So wie man es haben möchte. Wir machen mal normal und schauen uns mal ganz geschmeidig an. Die Lackierung kann man auch aufzuhören. Das ist ja der Hersteller vom Spiel, die Project Cars gemacht haben. In Verbindung quasi mit Red Bull und Nvidia wollen sie hier dieses Ding rausbringen. Man merkt aber, hier sind noch ein paar Fehler. Und wenn man möchte, kann man dann, wie gesagt, auch hier ein Foto machen, um das Spiel noch ein bisschen besser zu genießen. Okay. Das soll jetzt reichen. Wir werden die nächste Strecke nehmen. Und gehen nochmal zum Hangar. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal. So, jetzt haben wir 2700. Es dauert natürlich eine ganze Menge. Oder eine ganze Weile, bis man hier irgendwie, ja, neue Flugzeuge kaufen kann. Dieses Flugzeug, ja, hier merkt man schon, 1118 die Stärke. Und kostet, ja, 72.000 Dollar. Und das reicht nicht. Das reicht nicht. Ja, hier sagt er mir noch, hm, so und so viel brauchst du noch. Dann gehen wir mal wieder zurück und versuchen eine neue Strecke zu fliegen. Und zwar probieren wir nicht jetzt Budapest, sondern wir fliegen nochmal schnell Grand Canyon. Hier habe ich nochmal eine Runde hingelegt. Und dann sagen wir Play. Ein bisschen Zeit dauert das immer, bis das Match geladen ist. Vielleicht werden wir ja auch mal Multiplayer, falls ihr das auf jeden Fall sehen möchtet. Dann können wir gemeinsam auch mal Multiplayer fliegen. Solange wird Maximus mit sich selber fliegen. Und, ja, sieht doch erstmal ganz interessant aus. Und wir machen den Rauch wieder an. Und, und gleich. Genau, wir machen den Smoke ran. Und da ist Maximus geflogen schon und... Uh! Versuchen wir mal unsere Bestzeit zu knacken. Ist auf jeden Fall mal cool zu sehen. Und jetzt runter. Schuhpakete. Wo sind wir denn überhaupt? Bin ich noch vor meiner Bestzeit, ja, ne? Ah, komm. Und wieder hoch. Gegen die Sonne. Ich denke mal, aus der Perspektive ist es am besten zu... Ja, zu sehen jetzt, wie das Flugzeug hier lang fliegt. Aus dem Cockpit. Doch, ein bisschen... Uiuiuiuiuiui. Bisschen unübersichtlicher. So, werden wir mal die Bremse mehr nehmen. Schuhpakete rausnehmen. Und wieder Gas geben. Einlenken und runter. Wieder zurück. Also man kann natürlich, wenn man Profi fliegt, das alles ausschalten. So, jetzt habe ich es erstmal abrasiert. Egal. Wir wollten uns das Spiel einfach mal angucken. Ja, warum? Ich habe das bei Max gesehen. Der hat dieses Spiel mal gezeigt. Und dann dachte ich mir, das wäre doch mal was. Eine Alternative zu den anderen Spielen, die ich ja so habe. So, ich muss auf jeden Fall wieder ein bisschen Schuhpakete geben. Ja, wir sind auf jeden Fall noch auf Kurs. Und wenn man ordentlich übt, kann man definitiv ein paar gute Zeiten hinlegen. Und den Controller kann man ja für sich selber auch noch ein bisschen einstellen. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr ganz so schlecht wie beim letzten Mal. Und fliegen hier durch. Ja. Mal schauen, auf welchem Platz ich gelandet bin. 888. Kann man doch einfach mal so stehen lassen. 7 Sekunden Unterschied. Natürlich, das ist schon eine Hausnummer, ne? Und jetzt schauen wir uns das einfach nochmal an. Und ja, wie gesagt, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet von diesem Spiel. Und wenn ihr gerne mehr davon sehen möchtet. Also ich merke schon, hier ist keine... Ich kann das natürlich auch absafen. Hm, okay. Dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren mal reinschreiben, ob ihr ab und zu mal so ein Race sehen wollt. Vielleicht ein Multiplayer gegen irgendjemand anderes. Und hier sieht man schon, wie das ein bisschen flackert. Also die Kantenglättung ist noch nicht hundertprozentig. Ja, von innen sieht es toll aus. Aber manchmal gibt es da doch ein paar Grafikfehler. Und ja, zum normalen Rumfliegen mal was anderes. Kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, meldet euch einfach an, wenn ihr Bock habt. Und dann legt ihr los. Mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.